Moin Moin Büros! Heute mal für euch die Chrysanthemum Rain Variations von Funke. Das sind Bouquets und Feuertöpfe aus Goldregen mit Crackerspitzen in verschiedenen Kombinationen mit Goldschweifaufstieg. Brenner 25 Sekunden, 20 Schuss, 30 Millimeter und natürlich volle NEM von 500 Gramm. Design bei dieser Batterie finde ich wirklich wieder sehr geil muss ich sagen. Die Produktion ist ja 2018 und ich wünsche euch jetzt draußen viel Spaß. So, jetzt sind wir nun die Chrysanthemum Rain Variations. an. 1 5 Untertitelung des ZDF für funk, 2017